Einfach ehrlich, ich hab' den Tee. Es gibt keine guten Neuigkeiten, nur blödes Wetter. Man kann ihn denn gute Neuigkeiten und ob ich das hab' Kennt ihr David Kranberg? Das ist doch der von Mame Lou. Mame Lou gibt's doch gar nicht mehr. Aber er startet eine neue Solo-Karriere. Race My Bad ist nicht wahr. Dann sehen Sie selbst. David Kranberg, Race My Bad am 1. November. Oh, das ist unglaublich. Dann schlagen wir doch unsere Hütte in den Kopf.